Wollt ihr mich verarschen? Das Ziel scheint echt zu schaffen zu sein. Guckt mal, wie viele da noch sind. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber okay. Das ist ziemlich gemein, sowas zu machen. Ah, das war ein unerwartet leichter Level und ich hab nicht geschaut, wann ich angefangen hab aufzunehmen. Oh. Oh, okay, ich hab das Problem verstanden. Ha! Wenn schon, denn schon. Okay, hier macht es vermutlich Sinn. Wo will ich hin? Da will ich hin. Ich weiß nicht, ich hab irgendwie das Gefühl, dass meine Aufgaben zu... oder nicht meine Aufgaben, meine Maschinen zu einfach sind. Machen wir das und das. Dann nehmen wir dich hier und hier hin und dich hier und hier hin. Dann nehmen wir eine Waffe. Krallen uns eine Kanone. Setzen das Teil hier hin. Setzen es auf den Boden. Ah, reicht noch nicht. So sollte es gehen. C ist, glaube ich. Okay, komisch. Na, jetzt geht natürlich alles verrecken. Das ist positiver Nebeneffekt. Wenn man alle umbringt. Fall nicht um. Fall. Ziel eins. Oh, oh. Okay, was war da dann jetzt schwer? Wie lange hat mich das gedauert? 36 Minuten oder Sekunden? Hä? Okay, keine Ahnung. Aber bisher sind die Aufgaben nicht so... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, jetzt hör mir doch auf, ey. Ernsthaft? Nein, ich wollte eigentlich... Oh, nein. Die Art, wie ich das mache, ist ziemlich menschenverachtend, glaube ich. Alter, sieht schon wieder gar nicht gut aus. Das macht sich in meiner Bewerbung sicherlich wieder nicht gut. Was ich aber jetzt mal mache... Oh, stimmt, das musste ja so gemacht werden. Einfach, weil es geil aussieht, ja. Oh, ich habe die Taste schon wieder vergessen. Ich glaube, I... Nein. Was vielleicht? K, L, E, M. V, B, N, M. Was war die Taste? G, H, J, L, K, Ö, P, Z. Ach, ja, Y. Oh, na super, wir werden sterben. Ja, man sollte nicht auf Leichen liegen, während man die anzündet, ja. Also, was war es gewesen? Y. Ja, ich weiß, das ist ziemlich gemein. Sowas sollte man nicht tun. Okay, das ist zerstört. Dann machen wir nochmal die Häuser kaputt. Nein, ich habe hier mein Rad kaputt gemacht. Okay, die hat es alle erwischt. Dann können wir fortfahren. Kanone hatte ich schon verwendet, ne? Schade. Okay, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin, oder? Hilfe. Jetzt hatte ich mir schon fast Sorgen gemacht. Oh, warte. Ich glaube, das reicht tatsächlich nicht. Hm. Scheinbar reichen unsere leichten Methoden nicht. Das ist wie weg. Ich glaube, das benötigt schwere Geschütze. Hm. Da hoch komme ich nicht. Da brauche ich gar nicht versuchen. Vermutlich komme ich hier auch nicht mehr raus. Scheiße. Oder geht es noch? Komm schon. Raus mit dir. Nein. Schade. Okay. Dann will ich mal was versuchen, was jetzt endlich mal angemessen sein könnte. Ah, komm ey. Auf den Boden mit dir. So, es soll wohl irgendwie gehen, so einen Katapult zu machen. Ich will das jetzt mal rauskriegen, wie das geht. Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt nicht. Was könnte das dann sein? Vielleicht du, hm? Okay, erstmal brauchen wir da eine Basis, die halbwegs sicher ist. Gut. Ich meine, Katapult steht auf einer Basis, oder? Dann müssen wir nach oben gehen. Vielleicht vermutlich sogar schon hier, so. Wie soll das gehen? Ja, so geht es glaube ich nicht. Hm, hm, hm. Vermutlich geht das eher so. Fährt das automatisch? Nö. Okay. Gut. Dann machen wir hier sowas. Dann müsste das doch... Was macht dieses Teil? Das scheint nicht nach unten zu ziehen. Verdammt. Vielleicht so ein Spinning-Block? Nee, ne? Das ist nie im Leben. Das ist nicht richtig so, glaube ich. Zumal das Teil auch nur an einer Seite hält. Das finde ich nicht so toll. Du gehst nochmal weg. Äh, hier. Das ist auch nicht das, was ich suche. Verdammt. Ach, das ist auch ein Steering. Okay. Also das ist was, was explizit kontrolliert werden muss. Ich suche aber was, was nicht kontrolliert werden muss, sondern was so geht. Hinge? Was soll denn ein Hinge sein? Was stellt das da? Ach, jetzt hören wir doch auf, oder? Ist das tatsächlich das, wo ich denke? Äh, ja. Nee. Was hast du gebaut? Mit? Hä? Naja, das ist doch auch wieder nicht das, was ich denke, oder? Wenn man jetzt halt mal Englisch könnte, ne? Keine Ahnung. Da kriege ich dich am besten hin. Ich meine, das Holz reißt ja. 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 Das ist doch so ein Steering. Nee, oder? Ach, und hier geht das nicht. Okay. Ich habe einen totgekriegt. Yay. Also das ist auch nicht, was ich will. Ey, wie soll denn da ein Katapult gehen? Es gibt wohl Möglichkeiten, eins zu bauen. Ich weiß aber nicht, wie. Wie könnte man sowas denn einhängen? Was bist du? Hä, das muss doch irgendwie gehen. Die Kuppler. Ja, der bringt mir aber auch nicht viel. Toll, Achtung. Halt. Was war es J, glaube ich? Wow. Das ist also auch nicht, was ich suche. Nein, die Strine tun wir nicht. Ich will einen Katapult haben am Ende. Moment. Was gehen könnte? Oh ja, das ist eine Idee. Nein, weg. Was gehen könnte? Was ich auch nicht glaube, dass es funktioniert. Aber es könnte theoretisch gehen. Warte, das brauchen wir nicht. So, und dann bauen wir hier dich. Das liegt ja dann einfach nur drin. Ist nur die Frage, ob es auch wirklich drin liegt. Schauen wir doch einfach mal. Nein, nicht du. Was war das? H? Es liegt nicht einfach nur drin. Mist. 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 Wie soll das gehen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es muss irgendwie einen Katapult geben. Das wäre eine Option. Dann hier halt irgendwas, was nicht festhängt. Das ist wohl leider was Festes. Das ist nicht, was ich will. Wenn man es so bringt. Das könnte die Lösung sein. Vielleicht. Verwöhnung ist ja jetzt. Was? Welche Taste war das K? L? Wenn ich L drücke, dann wird es wieder angezogen. Oh. Es war so stark, dass es kaputt geht. Das ist schlecht. Ich check's nicht. Wie, 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 wie. Wie soll das gehen? Warte. Und wenn ich jetzt, nur mal angenommen. Wenn ich jetzt hingehe. Es ist auch nicht, was ich will. Aber es sieht besser aus. Ich nehme ihn wieder weg. Und brauche ich stattdessen den hin. Ne, doch den. Ne, der nicht. Ich hoffe mal, die haben keine automatisch verbinden Power oder so ein Mist. So. Wenn ich da jetzt theoretisch hier hin was baue, dann müsste es doch... Ah, das sieht gut aus. Bauen wir das so. Bauen wir hier so. Das zerbricht's. Aber nicht mal mehr. Na, immerhin. Dann muss man hier aber auch eine gewisse Endhöhe einbauen. Das Problem ist nur, wenn man da jetzt eine Bombe draufsetzt, dann geht die hoch. Bestimmt wetten. Na, nicht mal mehr, das ist super. Und wie läuft das jetzt, wenn ich hier jetzt schön lange Federn einbaue? Und zwar von dir, von dir, von dir, von dir, von dir zu dir. Ich hoffe mal, wir wissen, dass manchmal wieder... Ich weiß nicht.